Hallöchen liebe Leute, hier ist euer Vortex. Ich hab mal was für euch mitgebracht und zwar ein Indie-Game, Road Not Taken nennt sich das Ganze. Ihr solltet jetzt hier abstimmen, ob man sowas mal als Mini-Let's Play verwenden könnte. Ich hab euch ein paar Clips zusammengestellt, so ein kleiner Ausschnitt aus den ersten zwei Jahren, so nennt sich das im Spiel, also sprich die ersten zwei Missionen. Ihr sagt einfach mal mit einem Kommentar, ja oder nein. Dann freue ich mich sehr und lasst am besten noch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Das war's von mir, euer Vortex. Viel Spaß beim Anschauen und Servus. Wolf? Wo ist das? So, eine dicke Mutti glücklich gemacht. Oh Gott, das haben wir jetzt im Hasen gemacht. Aua! Leute! Oh, lecker! Mann! Was? Nein! Lass mich doch in Ruhe! Wenn ich irgendwo einen Langlauf... Mann! Ja! Ja! Ja, Mama! Mama!